Du hörst sowieso die Folgen hier, du bist so ein Eierkopf. Block, Sandblock? Ach, Romien. Auf hier rumzukacken mit deiner scheiß Giftsäure. Geh weg. Leidenstab, Antike 10. Die brauchte ich für irgendwas. Auf jeden Fall kacktes Rezept. Ich will eigentlich gar nicht runter hier. Äh, boop. Dankeschön. So, du gehst erstmal sterben. Boah. Ach, Mann, ey. Zack, weg mit dir. Ich würde jetzt gerne, was hier unten ist. Blim, 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 blim. Babarabab. Bam, 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 bam. Jetzt auf jeden Fall den Schaden zu. Ich hätte gerne neue Stäbe. Das wäre viel lustiger. Gelbes Fragment. Was sind alle oben hier, ne? Deswegen werde ich, glaube ich, auch Kakteen anbauen müssen, damit wir Wasser bekommen, weil da kriege ich mir am meisten Wasser raus. Uh. Ausgewichen. Da, 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 dann. Ah, guck mal, da funktioniert er wieder. Da, da, da. Äh. Plupp. Hier gibt's gar nichts. Na, hier wäre nur der Tod. Aber nicht hier. Was gibt's denn hier? Ein veränderter Sternblatt, Nahkampffläche und... Und? Oh, ne lila Ratte. Würde mich doch gerne. Können wir ja sammeln. Ich hätte gerne so einen Stab, wo man... Ah! Ich heilen kann mit. Ich sag mal, man gewinnt so wenig Wasser aus den ganzen Klamotten. Da ist auf jeden Fall wieder Tod angesagt. Dann haben wir so einen Käfig, Horinzertal. Ich hätte auch gerne einen Bertika. Das ist auch ganz geil, bestimmt. Sprengbomben. Ach, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Es gab so bestimmt, glaube ich, noch einen zweiten... Hatten wir nicht einen zweiten Weg noch gefunden, irgendwie? Ah, noch ein zweiter und dritter Weg, okay. Na, komm, wir sind hoch. Splatter-Man! Splatter-Man! Splat-Splat-Splat-Splat. Dankeschön, Leinstoff und antike Zähne. Noch die Wahn für... Ich weiß nicht, was die für... Wo die am meisten Damage draufkriegen. Ich müsste auch mal... Oh, du Sack, ne? Ohne die gerade sonstiges Plan. Na, komm, Fläschchen. Uninteressant, aber... Zauberstäbe geben mir... Ach, Schaden. Da bin ich momentan sicherer. Gut, dass du hinter der Scheiß-Wand gerade bist. Ja, hier ist ja ja nichts. Ja, anders gibt's hier Herzen, Mana. Hier gibt's noch was Anständiges. Auch nicht. Kack. Halben Block wieder angetitscht. Bam, 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 bam. Mumi, du gehst jetzt sterben. Kommst du eh nicht so weit. Die hat auch irgendwie keinen Bock. Ich glaub, die stackt hinter der Tür fest. Ja, die stackt man der Tür fest. Hab ich auch schon gesagt, du willst so laufen, laufen, laufen. Tür. Erstmal dich dreckst Mumi weg, Mann. eine blöde rumkotzerei, die kannst du auch sparen. Aua! Was ist mit ihm da hinten los, ne? Spam, Spam! Spam, Spam, Spam! Eat this, mein Freund! Komm her! Pop! Genockt ab! Hier gibt es aber auch... Ach, hier gibt es noch eine Tür, ey. Ich will da eigentlich weg sein. Ja, wir können es mal reparieren. Abadabab. Mana, 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 vielleicht nicht brauche ich... Ich weiß nicht, warum ich so viel Mana eigentlich brauche. Oh, Portal! Was ist denn da im Portal? Wo ist das schon offen? Geht das zurück nach da oder geht es zurück nach da? Die Dinger hätte ich gerne. Nehmen wir mal mit. Einen Grill. Den will ich auch haben. Oh du Sack. Pfff. Ah! Beide weggenudelt hier. Wo geht das Portal hin? Okay. Hinterdorf? Hm. Keine Ahnung. Aufmerksamkeit. Also das war jetzt hier ein offenes. Frag die, wo was auskommt. Und noch zu den Folgen. Es gibt, wie gesagt, kein Cut. Das wird jetzt wieder durch. Gegen die Folge so eine Stunde bis anderthalb maximal. Vielleicht maximal, wenn es gut läuft und ich noch Spaß dran habe immer. Und mir nicht müde werde. Zwei Stunden. Aber sonst halt auf keinen Fall länger. Weil ich muss auch schneiden. Und da sollen die Folgen auch meistens nicht so groß werden. Weil das Programm, wenn es zu große Folgen hat, teilweise auch dann missbaut und dann eine Folge länger macht. Stufe 11. Okay. Da ist das. Okay. Dann wäre das das zweite Portal vielleicht gewesen, was ich aufwunderte. Feiner Krieger, ey. Das ist ja klar, dass du den triffst, ne? Komm. Verzisch dich. Klassischer Kleiderschrank. Da bin ich doch für zu haben. Schriftrolle Heilung. Neues Rezept. Ich muss überlegen, wo wir sind. Oh. 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 Töne ich mache das im Laufe der Zeitmassiven Schaden, weil ich einfach den poken kann. Ein bisschen. Ah. Tschüss. Oh, wir erreichen bald auch die nächste Stufe, sehe ich gerade, ne? Hier geht's nirgends runter, da geht Ah, die Gargoy-Figur Nee, ich kenne Oder Wasserspeier Brunnen Können einfach ein bisschen was mitnehmen für unsere Hütte Wow Ja, okay, das sind Bombenkucker Selbst wenn der runterkommt Ich bin gekommen Macht der Schaden Also hier gibt's nix, hier gibt's nur Wasser Guck gerade was die Oh mein Gott Das sah auf jeden Fall schon mal gut aus Was ich da umgesehen habe Okay, die ist Dann wär bestimmt die Frost mal anders schön gegen Elektro Bam Oh, ne Eisrose Was sind das denn für Bäume hier? Inventar schon voll Ist aber natürlich mies, Palme Weg Wenn ich will, der hat schon Würde ich sagen Relativ dunkel Ekelhafte Frostmarde Ah Weg ist er Babadabam Jetzt können wir Zentus ärgern Moment, der ist ja gerade da Ah Hallo Hallo Das Schlimme ist, weißt du jetzt gerade, du bist eigentlich, du Fotzenkopf Ich bin nur noch am Aufnehmen Ich verstehe dich gar nicht Okay, Zentus versteht mich gar nicht, das ist schon mal lustig Ähm Welche Was, was, was denn die, der? Das ist noch ein Spack vom TS-Card Kann nicht sein Warte kurz Du Spackst Ähm Jetzt hier ein bisschen Ah, nicht da rein Nicht da rein Also bisher ist er immer noch da Er hätte bestimmt Zaunprobleme mit dem Eierkopf Ja, man kann ihn sogar Rucksack voll, okay, die will ich nicht Ähm Davon habe ich viel zu viel schon mittlerweile hier Da gibt es noch Fragmente Warte mal, die schweben weiter oben, ne? Aua Warte mal, da will ich die Pflanze auf jeden Fall nochmal haben Die kann ich nicht abwenden, aber die Sätze gehen kriege ich dazu Was gibt's denn jetzt hier? Venus Hallo Das verstehe ich dich Ja, möchtest du Hallo eigentlich sagen oder so? Aua, es tut weh Ach, nimmst du auf? Ja, ich nehm grad auf, Aua Hallo Ich dachte mir, ich schreib die Schmarne Ja, das ist eine Langeweile Ne, ich weiß grad nicht, was mir war mit dem TS-Aua Keine Ahnung Außer, was heißt das eigentlich, dass ich zwölf Stunden Warum bist du im Jungen? Äh, in zwölf Stunden suchte Schon gar nix Obwohl ich jetzt zwölf Stunden Spielzeit steht Aua, ich schlangeweile hau Aua So wie immer halt Also wie immer halt Ich krieg neue Sachen Äh Brauch ich nicht Uffäll Eigentlich kam ich auf die Idee, dass wir das beide zusammen machen Was, das Spiel? Als ich das gesehen hatte Du kannst ja immer noch beitreten Ja Oh, Beutel voll, schon wieder? Ich hab zu viel mit Ähm Wie gesagt, du kannst Was? Wie ist das Spiel? Äh, es macht auf jeden Fall viel Spaß Wenn du so Ich bin jetzt Magier Nein, du kannst jetzt noch Nahkämpfer und Bogenschütze nehmen Und du jagst dich Ja, Nahkämpfer wäre ja was für mich, was Ja, du jagst dich ja durch die Welten durch Ne, dann musst du diese Portalsteine sammeln Ähm Ich sammle auch für Weil ich ja Magier bin Auch viel für meine Tränke Den ganzen Scheiß Und dann bist du halt so Und hast halt die nächsten Sachen, Chris Halte, Inge Ah Weil du halt mit den Elementen spielst Feuer gegen Ne, Erde gegen Ne, Feuer gegen Erde Und so ganzen Scheiß Das macht schon echt interessant Dann irgendwann die Bossfight so zwischendurch Okay Natürlich deine Basis Ah Basis bauen Ah, falscher Stab Gut, ich laufe hier mit Mit normalen Werkzeugen rum Aua Mit normalen Werkzeugen rum Und ganz viele Stäbe noch Warum sagst du hier das mal Aua? Weil ich ganz ehrlich auf die Fresse kriege wie bekloppt Achso Mal sagen Die Scheiße tut doch noch weh Ich hab noch nicht so viel Schutz dagegen Und ich hab auch kaum noch Heiltränke Und Illegaler Laden Oh, Klamotten für mich Ich hab keinen Platz noch mehr im Eventar Deswegen, das bockt auf jeden Fall schon Hm Na gut, ich hab jetzt Wie viel hab ich denn schon ungefähr aufgenommen? Fünf Folgen plus jetzt die Stunde davor Also ich hab jetzt Ich sag mal mehr Offline gemacht